Ich verstehe was du meinst, aber das overlay verschiebt sich dann mit dem Tab, guck mal, warte, sagst du jetzt, das hab ich ja auch so, guck mal, ähm, oh, warte, hier, so, ich hab jetzt Discord, ja, ich hab den Fensteraufnahmen, jetzt nimmt das Fenster auf, jetzt pass auf, guck, jetzt ist das kleiner, das macht er auch so, er macht das Tab, aber ich kann nicht das overlay in OBS einstellen, ich mach's am Programm selber, wo was aufgenommen wird, und guck mal, wenn ich jetzt Discord schmal mache, die schwarzen Ränder bleiben immer noch da, weil es Discord ist, kannst du bitte kurz die Schnauze halten, Roman, ja, keine Ahnung, Danny versteht's halt nicht, ah, hinter mir, hinter mir, ja, ich bekämpfe gerade, falle zurück, bin zurückgefallen, ich lade nach, Ich sehe ihn, ich sehe ihn, er ist direkt vor uns am Baum, ja, er ist da, wo wir hergekommen sind, er ist da, wo wir hergekommen sind Oh nein Ich umlaufe ihn, ich scheiße ihn ab, wenn er uns parkieren will Ja, der ist vor uns am Baum Hab einen, hab einen Bei mir könnten noch zwei sein, ich hab einen geclared Da lebt noch, da lebt noch, der ist noch dort beim Baum, immer noch beim Baum Ich hab grad ein bisschen wild geschossen Ja, ich bin jetzt am Felsen, da wo wir herkommen, beim Felsen Ja, ich kann gerade zu dir, Roman Ja, er ist am Boden, er ist am Boden, er legt er sich auf den Boden gelegt Nein, nein, ich zippe nicht rum Auf mich, auf mich Der ist vor mir, am Baum, irgendwo Ja, ja, ich hab's gedeckt, was er hier rinnt, der ist tot Was er hier rinnt Okay, ich heile Ich hab's noch ne Granate Hast du ne Nate? Ne, du, ob du eine hast Nein, nein, leider nicht Ich hab meinen schon geschmissen Er ist, er ist mega am sterben Ja, ich glaube, ich hab mit der meiner Granate getötet Ja, das sind zwei, das sind zwei, ich hab einen gekillt Sicher, dass er tot ist? Ja, ja, ich hab ihn getötet Aber der eine stirbt ja gerade Sollen wir ihn zum Puschen? Warte Hab ihn, beide tot Sollen wir ihn zum Spot